so mein kätzchen dann wollen wir mal diese wunderschöne map strike ja leute willkommen zu einer runde mw2 strike multiplayer der sascha und ich hinter mir was macht er denn der schlechter hier diese slide cancel gedöhnen sie hier das mw2 funktioniert ja nicht die borne und muni schon wieder alle wie viel schuss habe ich denn in meiner mp5 40 ja es gibt nicht auch scheiße hier kommt einer mit der schrotze achtung ich glaube wenn ich ernsthaft spielen will ohne abgelenkt zu werden muss ich glaube ich die katze ausschalten wahrhaft katzenhaft ich hab ja kleine lex ich bin hinter dir oder ist einer sehr gut den habe ich da kommen die noch von links hier vorne unterwegs und da ich höre sie ich werde meine flashbank ach verdammt hat er dich wie kann das denn ja ich hab dir noch geflecht den penis was mit der mit der sniper geht ihr ums eck ich brech zusammen ja der hat doch so ein scheiß ich mach mal ein ich mach mal so ein ich mach mal so ein das gibt's nicht was der ballert in der garage hockt er und dann wechselt meine waffe ja Junge was bist du denn für einer katastrophal irgendwo da ist einer von links kommen die jetzt auch noch kommen die denn hin oh der hat mich schon wieder gesnipet der El Pepito mit seinem scheiß Visier äh was denn oh verdammt so meine Nate hat den geregelt nö der weiß genau dass ich da bin wie hat der mich denn da jetzt gesehen der hat doch nur mein Schild gesehen und der war auch nicht so omnipräsent so mein Freund x-fiz-fizzi in dein Gesicht ich bin gerade ein Schrocken alter Magazin wechsel den Kriegskraft erledigt ich bin hinter dir kommen äh da ballert aber jemand oh Mann ey nö ey weggepustet jo ich hab den Schut mach mal Drohne ja Vorsicht das sind noch mehr ja Sashi oh der Sniper shit verstehts 36 zu 40 oh Mann eigentlich finde ich die Map super die habe ich früher schon gerne gespielt eigentlich macht die Spaß aber wenn du da so Sniper Cracks dabei hast das ist echt ey Junge was machst du wann hat der denn ist der verrückt geworden Himmel Himmel mhm jetzt wirds aber spannend wieviel stehts denn feindliche Aerosolbomben bei eurer Position feindliche uiuiui nicht gut komm ich da feindlicher wie voll im Anflug stehe unter direkten Beschuss ja mein Freund das Magazin der wollte mich hier echt ficken mit der S-Mine der Fall gewinnt an Boden drängt ihn zurück alter alter wie lang ne ich immer wenn ich nachlade kommt einer mit der Schrotflinte um die Ecke verdammt ja ja süße ich weiß ich bin ja so katzenartig hier hat jemand diese scheiß Mine platziert 53 na könnte man noch schaffen äh 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 da ist einer scheiße in dem Moment stehe ich auf nein mein Katzen ist und sagt sie haben uns im Visier bei schniefen die überall rum ey ja ja dieses mal nicht du Bastard du hast katzenartige Reflexe mh oh ne der Elpepito geht mir aber voll auf den Senkel mit seiner scheiß Sniper gesteht 4 ne das gewinnen wir irgendwie nicht das nicht wahr sein ey oh man bitte lass uns das gewinnen Leute wo hast du mich grad erschrocken ey leck mich da am Arsch ey die Map ist echt geil ich mag die ey what the fuck der hat mich grad auch 20 Meter mit der Lockwood 300 geholt und schon wieder die Lockwood 300 das ist doch die die doppelt schießt ne ja 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 beim Multiplayer ist das verschenkt verschenkt das Potenzial äh da reicht auch ein Treffer da brauchst du keine zwei Treffer oh nein ach da bleib ich hier schon wieder hängen ne und der mit seiner scheiß Thermal Sniper was auch immer äh ey die Runde ist aber eigentlich nicht verkehrt unterwegs Samtex geworfen stehe unter direktem Beschuld Lade nach da kommt der Platzkanate da kommt der Platzkanate da kommt der Platzkanate mein Katzeninstinkt sagt sie haben uns im Visier ohhh ohhh scheiße keine Muni mehr im Einsatzgebiet hier war doch eben hier war doch einer weggepustet genug mit dem Essen gespielt ja da hinten ist einer ich mach mal Drohne verbündeter Wilson online oh man was oh den hab ich gar nicht gesehen wir könnten gewinnen 84 zu 88 noch ein paar Kills das müssen wir schaffen das wär echt cool das ist unser ne ja ja ohne keinen Treibstoff mehr die Kerst zu warten zurück ich werde hier drüben beschossen jibiii ich glaube ich jetzt mit der eigentliche kaffee oder was nein ich habe mich doch nicht mit seiner scheiß block wurde verdammte hacke diese himmelwaffe ich auch reich hat eingekillt wohl nachladen kann der nächste warte da ist irgendwo eine achtung hatte ich blende mal da ist einer ist eine s-mine achtung ein habe ich jawohl gewonnen wie geil das war knapp das war gut sehr schön tolle runde haben wir sehr gut gemacht wo der stand naja super jippie